Herzlich Willkommen, vielen Dank, dass ihr schon mal eingeschaltet habt. Heute gibt es schon was anderes als ein Cover und zwar haben Lewis und ich euch einen Vlog gedreht von den Blind Auditions bei The Voice Kids. Diese waren schon im November letzten Jahres. Seid gespannt, wir haben es mit der GoPro mitgemacht und viel Spaß. Wohin geht's los? Nach der Ecke, ey geil. Wir sind in Südkreuz angekommen. Wir sind in Südkreuz angekommen. So, wir sind in Atlasshof angekommen und, ey, geil, jetzt geht es gleich zum Airport und geil. Was ist denn in guten Bewertungen? Ja, also der Italiener ist top, also die Bewertungen sind wirklich, die Bewertungen sind wirklich super. Und ich finde auch, wenn wir mal hingehen, also das Essen soll sehr gut sein, die Kellner sollen sehr freundlich sein und wie heißt der? Idue di amici. Und ja, warum bin ich da essen? So, hier ist jetzt unser Stammlokal, wo wir sehr, sehr gerne hingehen. Also der Tag ist jetzt auch hiermit beendet. Ja, wir waren tatsächlich noch essen. Wir waren sehr produktiv. Wir haben ein bisschen angeübt. Morgen geht's wieder ins Studio. Wir freuen uns. Morgen. Gute Nacht. Oh, was sagst du mal, wenn wir jetzt fertig sind? Alles wie gemalt. Es war ein geiler Tag bei dir. Ich freue mich an das Morgen. Weg ins Frühstück. Der Maddy ist gerade drüben bei Luis, der macht nochmal letzte Proben heute Abend. Morgen ist es soweit. Oh ja. Ich freue mich drauf. Ich finde es total geil. Ich habe mir gedacht, bevor wir gar nicht mehr filmen, filme ich noch ein bisschen mit. Es wird so geil. Und die gehen zu Vincent. Ich weiß es. Und ich weiß auch, dass es sich umdreht. Wir gucken gerade Fußball. England gegen UESA und der Mathis macht sich fertig für morgen. So, Tag der Blind Audition. Wir haben 8.12 Uhr und ich war die Nacht relativ aufgeregt, tatsächlich. Das wird einer der spannendsten Tage bestimmt bis jetzt in meinem Leben. Wir sind jetzt endlich hier. Berlin. Geil, wir haben es echt geschafft. Heute ist die Glanke. Es ist so unreal, weil ich habe mir jeden Tag gedacht, ja, wenn wir da sind, dann jetzt noch ein Tag, dann noch zwei Tage und die Glanke sind. Und jetzt heute ist der Tag. Die Nacht ist jetzt rum und wir sind jetzt direkt auf die Züge gegangen. Und ey, es geht schon direkt los. Und es ist einfach nur krass. Und es ist geil, dass wir hier sein dürfen. Es ist einfach nur irre. Es war so krass, dann haben wir einfach mich hier in Osmuro und Vincent umgedreht. Wir freuen uns, wenn es ausgestrahlt wird. Und jetzt geht es gleich noch essen. Das ist nun auch das Ende dieses Vlogs. Wir hoffen, wir konnten euch gut mitnehmen und ihr habt ein paar Eindrücke bekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für den Support. Wir sehen uns, dass wir jetzt noch ein paar Eindrücke bekommen.